Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 24. Juli. Heute dabei Amazon Prime Video, Sonos, YouTube und Pokémon Go. Ja, beginnen tun wir mit Amazon Prime Video. Und zwar gibt es da ein Update. Und zwar ein Update in Sachen Soundqualität. Denn ab 31. August wird Amazon Prime Video auch Dolby Atmos unterstützen. Natürlich vorausgesetzt, man hat die entsprechende Hardware, wie zum Beispiel das aktuelle Fire TV. Der bei uns nicht erhältliche Fire TV Cube würde auch funktionieren. Und dann sollen natürlich auch noch andere Geräte hinzukommen, wozu Amazon aber noch keine weiteren Infos bekannt gegeben hat. Bekannt gegeben hat Amazon allerdings, um welchen Titel es sich handelt, mit dem gestartet wird. Und das ist Tom Clancy's Jack Ryan. Und wie gesagt, der ab 31. August dann mit Dolby Atmos, wenn die Geräte da sind. Damit zieht Amazon Prime Video ja mehr oder weniger mit Netflix wieder gleich. Denn auch dort können bereits ausgewählte Titel mit Dolby Atmos angeguckt bzw. gehört werden. Aber dafür braucht man bei Netflix auch das Abo für Ultra HD. Naja, ich bin mal gespannt. Ich bin da raus. Ich habe, glaube ich, kein Gerät, was das unterstützt. Wo ich allerdings drin bin, ist bei Sonos. Ich habe ja diverse Sonos-Geräte in meiner Wohnung. Und da hatten wir ja auch berichtet, dass die Firma einen IPO anstrebt. Also ein Initial Public Offering und damit an die Börse geht. Und dort gibt es jetzt Neuigkeiten und es ist jetzt bekannt gegeben worden, wie viele Aktien rausgegeben werden. Und das sind 5.555.555 Stück. Und die sollen bepreist werden zwischen 17 und 19 Dollar beim Start. Und wenn diese dann auch diese 19 Dollar erreichen würden beim Start, dann würde Sonos damit 105 Millionen US-Dollar einnehmen. Wir halten euch dann natürlich weiter auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Und ob Sonos da wirklich mit den 19 Dollar dann starten wird. Eine neue Info zu YouTube. Die möchten etwas mehr tun für die Creators und haben das angekündigt und jetzt auch schon direkt umgesetzt. Denn es wird eine neue Funktion getestet und zwar ein Entdecken-Tab. Also im US-Original-Explore. Und das ist ein Bereich in der Menüleiste unten in der iOS-App, wo einem neue Videos zum Gucken vorgeschlagen werden. Das gab es ja bislang durchaus auch schon. Allerdings war das sehr auf ehemals angeguckte Videos hinzugemünzt. Sprich, wenn man sich ganz viel, weiß ich nicht, Sneaker-Videos angeguckt hat, dann bekommt man weitere Sneaker-Videos vorgeschlagen. Und das findet YouTube eventuell so eintönig. Und würde mit der neuen Entdecken-Funktion, beispielsweise bei Sneaker-Videos, die angeguckt worden sind, dann vielleicht Klamotten-Videos vorschlagen, die dazu passen. Also schon ähnlich und noch in Bezug auf das, was man sich anguckt, aber schon einfach ein bisschen weitergedacht und einfach vielleicht mit ein bisschen künstlicher Intelligenz passend für den jeweiligen Zuschauer gemacht. Und diese Funktion ist, wie gesagt, im Test der Zeit. Allerdings auch nur bei 1% aller Nutzer der iOS-App. Und ich habe sie nicht. Vielleicht habt ihr sie ja und könnt sie sehen und ausprobieren. Und wenn das Feedback gut ist, dann wird YouTube das bestimmt etablieren und dann für alle ausrollen. Was heute auch ausgerollt worden ist, ist ein neues Update für Pokémon Go. Also da tut sich ja wirklich sehr viel in letzter Zeit. Und im neuen Update gibt es so einige Funktionen, aber die größte Funktion ist die Einführung von Glücks-Pokémon. Das ist eine neue Art von Pokémon, die weniger Sternstaub zum Hochleveln benötigen und somit schneller für den Kampf fertig gemacht werden können. Diese Glücks-Pokémon bekommt man nur durchs Tauschen. Das Tauschen ist ja eine neue Funktion, die erst vor kurzem eingeführt worden ist. Und da, ja, wohnt die Antik anscheinend, dass die Spieler einfach motiviert werden zu tauschen, wenn sie beispielsweise schon alle Pokémon haben und eigentlich nicht mehr tauschen müssten. Zusätzlich gibt es noch weitere Funktionen und da geht es um die Freundesliste. Dort kann man jetzt seinen Freunden auch Namen geben. Sprich, wenn man nicht mehr genau weiß, wen man wo hinzugefügt hat, weil die Namen so kryptisch sind, wird man es in Zukunft besser sortieren können, indem man nämlich einfach selber hinschreibt, ja, Person so und so, da und da getroffen. Also natürlich in Kurzform, denn so lange ist der Name dann auch nicht möglich. Ja, man kann auch Geschenke, die man Freunden schicken kann, die man bekommt, die kann man nun auch löschen. Und in den Geschenken können jetzt unter anderem auch Sternenstaub enthalten sein. Das gab es bisher auch nicht. So, also wenn ihr Pokémon Go spielt, wisst ihr, wovon ich rede. Und es interessiert euch, wenn ihr das nicht spielt, dann haltet ihr mich jetzt wahrscheinlich auch für behämmert, was ich da erzählt habe und habe kein Wort verstanden. Aber egal, es ist jetzt eh das Ende der Sendung für heute. Wir sind ja immer noch im Sommerloch, nur vier Themen heute. Aber morgen vielleicht mehr. Ich freue mich auf euch und wünsche euch einfach einen guten Dienstag und bis morgen. Hört mehr Geek Talk!